hallo ist der martin von money man keys das die dachsanalyse für nun mittwoch den 9 8 2023 und unser dachs rüttelt hier an seinem käfig der raus aber kriegt es nicht hin ist dumm unser dachs ist zu dumm aber berechenbar dumm aber berechen war das doch eine schöne bezeichnung wir hatten gestern darüber gesprochen er sei ja hier drüber liegt wir haben gesprochen er hätte damit die chance oben raus zu rennen rein die 1660 und so weiter und so fort aber auch klipp und klar gesagt da kann man enge leine geben der sollte auf keinen fall irgendwie unter 900 zurück ich glaube sogar 950 von einem 50er premium hier war ich weiß ich habe mir jetzt gestrige analyse nicht mehr angehört auf jeden fall haben gesagt wenn der das nicht macht dann wird er abgestraft und wird direkt zu 700 runter durchgeschoben und das hat er getan wir hatten hier auch mal so eine zweite parallele linie drin ich glaube die kann man die brauchen gar nicht ich glaube das war nicht relevant guter schusskurs drauf gezogen aber es soll auch egal sein der ist schön auf die 700 aufgesetzt nicht auf die linie hier das hätte ich stimmiger gefunden muss ich ganz ehrlich sagen denn unser dachs ist bei sowas eigentlich penibel also man sieht es selten dass er dann vorher dreht und das dann auch so stehen lässt oft kommt dann tatsächlich noch mal was um das gerade zu machen also das weißt du was also wirklich da hat er auch wie so eine kleine zwangsstörung das macht das sehr sehr gern deswegen wäre ich zum was haben wir jetzt mittwoch zum mittwoch vorsichtiger wenn der wieder sich nach unten stößt ich habe auch im letzten update geschrieben dass also wir haben unten geschrieben 776 soll die rücklaufzone sein hoch in die 820 830 die haben wir erreicht und ich würde mich da jetzt sogar ein bisschen korrigieren wollen dass ich auch morgen früh gleich noch mal rum weil ich das jetzt hier sehe mit dem mittleren band es wäre natürlich für ihn jetzt auch naheliegend hier jetzt in das band rein zu steigen ja 880 850 irgendwie in dem bereich sich noch mal rum zu drehen und noch mal nach unten abzustoßen fände ich aus der optik heraus legitim weil dann würde nämlich die zweite abwärtswelle auch hier gut wieder rein passen dass die dann gleich lang sind weil das guckt es euch an das macht er momentan wie als hätte er nichts anderes im kindergarten gelernt ja also das klappt ganz gut und das wäre von da ganz stimmig ich kann es auch noch mal ein bisschen wir können ja mal wir können ja mal wir machen wir machen es mal ganz verrückt wir ermitteln mal das rücklauf ziel anhand dessen dass wir am ziel genau ankommen und die jungs ihren döner auf die hand schmieren und dann es sogar noch höher guckt mal das wäre dann sogar 900 also 8 80 900 am morgen oben antäuschen kehrtwende nach unten und dann unten aufsetzen die liegt jetzt bei fast schon 6 60 650 das wäre dax wie er leibt und lebt ich sage nicht dass das so kommen muss versteht das nicht falsch ihr guckt aber auch lange genug die analysen ihr wisst wie wir analysieren wir wissen wir arbeiten wir stellen szenarien auf die wir häufig sehen die auf dieses typische verhalten vom dax passen wenn wir sehen der macht was wir von ihm wollen und er macht das was wir gesagt haben handeln wir so lange auch noch mit wir begleiten dass sein nachher wir können das traden wir können mit laufen lassen und sobald aber außen aus dem szenario rausspringt und dinge macht die als entweder als abbruchbedingungen oder als basis für ein anderes szenario benannt worden dann gehört so ein trade auch abgewürgt dann wird das szenario nicht weiter verfolgt solange bis er eben klar im szenario läuft oder nicht und abbruchbedingungen wäre für mich muss ich hier sagen ein überwinden von 49 9 50 das würde er den gap close bei 9 80 aktivieren und da wir dann hier einen sehr weitenden keil eigentlich haben oder ein weitendes dreieck kann man glaube ich als beides werden dürfte er dann die obere linie an laufen die dann nur bei was ist das hier 16.000 bestimmt ja also er wird dann 16.000 anhämmern über 9 50 dort wahrscheinlich aber auch wieder an die seite rutschen aber vom verhalten vom bewegungsverhalten wäre das natürlich anders wie wenn er jetzt hier in der 8 80 900 dreht und hier bis unten durch rennen 650 aber 6 70 650 das wäre mein ziel wenn wir im dax unterhalb von 900 im zweifel 8 80 900 unterhalb drehen es wäre sogar auch okay wenn er hier direkt dreht wenn er hier direkt dreht hätte aber ein bisschen tiefer und durchschluss jetzt direkt gleich am mittwoch nach unten durch startet und gar nicht wieder hoch dreht dann lege das hier deutlich tiefer und zwar hier im bereich um 5 80 bis ganz sagen 55 wenn das direkt zieht aber wir wollen ja dass er noch auf die linie rauf macht mal gucken mal gucken ob man mitspielt mir jetzt mal andere herangehensweise aber das ist wird wie die faust auf der spiel das sogar gerne hier jetzt die letzten wochen mit seinen kästchen machte bestimmt im kleinen dann noch mit also deswegen wenn wir sehen der kickt sich nach unten ein hier mit roten stundenkasten auch schön nach unten antrieb zeigen berechnet man damit dass wir noch auf die linie aufsetzen können ja je nachdem von wo wir starten ist ein überschuss möglich bis jetzt habe ich schon wieder vergessen 580 550 haben wir gesagt wenn er direkt geht und wenn er von oben geht wenn er von 900 runter steigt dann wäre 650 670 650 sollte nichts von den beiden also sollte sich gar nicht runter drehen und einfach oben raus steigen für dich oberhalb von 59 das szenario verwerfen ja verwerfen und eher den gap close rechnen die 16.000 rechnen und von der 16.000 dann noch mal ein bisschen rückenwind rückwärts ja punkt das eigentlich können wir so lassen ja ansonsten denkt an seminar ja und ich denke euch auch noch mal die mail raus wer wissen will wieso warum welche regelmäßigkeiten im tag bla 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 ganze trading setup auch dazu wie handel ich das eigentlich ne wo setze ich denn dann tatsächlich mein stop loss wo steige ich denn ein was nehme ich als einstieg wann handel ich wann handel ich nicht so was gucken wir uns alles beim seminar an das hier ist halt immer nur analyse auch wenn wir relativ viel auch somit psychologische sachen mit besprechen um einfach auch ein bisschen guidance zu geben aber beim hier ist wirklich vorbereitung für den tag auch auch premium dienst ist letztendlich ja ähnlich wie das nur detaillierte nur kleinteiliger über den tag häufiger auch mit mehreren updates noch nicht eben nur dem morgen analyse ja aber das eigentliche wie trete ich das handwerk selber diese was worauf kommt es denn an damit eben nicht am monatsende immer nur minus steht und ich wieder einzahlen muss das ist halt seminar grundstoff und das trennen wir auch halten also und wer da kommen will meldet euch sind jetzt noch knapp sieben wochen wenn ich es richtig auf dem radar habe ende es stimmt wahrscheinlich sogar gar nicht es ist am 23 24 9 23 24 9 das ist ich sehe jetzt die woche nicht das ist am 23 24 9 also ich wünsche euch was ich mache hier zu viel erfolg wir hören uns morgen wieder bis dahin tschüss liebeken ich 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 ich